Ja, ich bin gleich bei der am Bett. Ja, ich hab der am Bett! Geil! Und willkommen zurück vom Cut. Und ich hab jetzt diese Map... Äh, ja. Nein, okay. Ähm, diese Map gewählt, weil es so viel ist. Oh grad. Ja, schon wieder superverse Witze. Ähm, und ich hab jetzt diese Map genommen, natürlich, weil es so viele Spieler in einem Team sind, und das heißt, ich hab mehr Chance, dass es mir jemand etwas kauft. ... ... ... ... ... Ja, schön. Und dadurch hab ich natürlich... Stehen jetzt wirklich alle noch da vorne? Bitte! Es wär nicht, wenn das immer tun könnte. Das wär so nice. Wär sehr nice. Bitte mag das der. Bitte mag der das. Bitte mag der das. Bitte mag der das für mich. Ey! Please! Ich will Blöcke! Oh Gott! Oh Gott! Kommt, Leute! Maja! Toll! Lauf ich jetzt mit der Hand oder so auf ihn zu. Äh... Ja, ich kann jetzt nicht den Grund nehmen, dass ich, ähm, nicht wegen einer Challenge... Das wär einfach nur... Ja! Ich könnte auch Gold nehmen und sie bezahlen! ... Okay, ich mach jetzt einfach die Suizid-Taktik. Kann man das zerstören? Nein! Oh, ich kann das nicht abbauen! Okay, das war klar, dass er sich jetzt hochbaut. Tschüss! Ich hab einen mitgenommen! Ey, der andere wollte das auch machen! Ey, wie gut ich doch bin! Ja, bitte! Nein! Please! Spitzsacke! Spitzsacke! Nur Spitzsacke! Na, und Blöcke natürlich! Ey, wie... Wie böse ist das? Bitte! Okay, danke! Ist nett, wenn du's magst! Bitte mag der das! Bitte! Das wär nett! Das ist wohl nett von ihm! Okay, er hat drei Gold hineingepackt! Okay! Dankeschön! Okay! Und dass ich nicht immer fragen muss, werde ich mir jetzt die Blöcke aufteilen. Hier eine halbe, halbe, rein... Okay, hier eine Hälfte... Und hier eine Hälfte... Okay, das heißt... Ich könnte doch auch noch Gold holen und einen Bogen, aber ich mach das jetzt nicht so asozial und hol mir alles, sondern... Pack es in die Kiste! Hol mir eine Spitzsacke! Nein! Ich kann mir keine Spitzsacke holen! Nein! Okay, ja egal! Komm! Scheiß drauf! Ich mach das jetzt! Wieso baut er sich nicht ganz nach drüben? Okay! Okay, wenn ich hier... Nein! Ich kann hier nicht... Okay! Ist okay! Okay! Oh, hallo! Okay, hier müssen... Okay, ich könnte hier natürlich loslaufen! Hallo! Mann, schade! Ja, es ist ein Versuch wert! Da kann ich mich nur noch einmal treffen und dann bin ich tot! Und... Ich bin, glaube ich, doch falsch angestorben! Aber... egal! Okay, dann nehm ich mir einen raus! Und dann geht's schon wieder los! Und nun nicht Gold! Okay, das Einzige, als ich mach ich besser das Zeug! Und die anderen kaufen alles! Nein, du Penner! Geh da runter, Mann! Schade! Okay! Okay! Oh Gott! Wieso hat der hier eine Treppe gebaut? Okay, der hat es einfach mal zugebaut! Weiß ich nicht, weil er schlau ist oder... Eben halt nicht, aber... Frag mich nicht! Ich pack das Gold hier hinein! Okay, natürlich auch Blüge! Okay! Tschüss! Einmal habe ich mich runtergeworfen! Nein! Schade! Ich hätte nicht so schief... Aber sie haben mich sicher runtergeworfen! Oh nein! Schmals! Weckerbummst! Okay, ist jetzt Zeug drin? Ähm... Please... Rück... Stoß... Stab! Ich habe das jetzt wahrscheinlich vollkommen falsch gestreben, aber ist mir jetzt kacken! Kann sich nicht da einer einen Bogen kaufen? Wir haben ja... Okay... Thanks... Dann mache ich natürlich so... Dann fange ich mir... Beide rein, weil ich... Bring es auch mal aus der Welt! Tschüss! Und dann... Nehme ich... mir einen Rückschussstab hinaus... heraus... Ähm... und dann... laufe ich glaube ich auf ihn zu... Nein, du schaffst das nicht! Du triffst eh nicht! Mann, schade! Ich hätte die Blöcke mitnehmen sollen! Okay, nein, nein, nein! Mann, ich kann hier nicht vorbei! Nein, schade! Okay... Ja, Mann, ich habe ihn noch gerettet! Was war denn das für ein Fail? Das... ich glaube ich, dass da war ich ein... Brutaler Fail... Ist das doch immer das Zeug drinnen? Nein, falsch, ähm... Okay... Das ist hier... Nein! Ja, er ist unten! Ich habe den Rückschussstab! Okay... Okay, das heißt... Mann, schade! Geht nicht! Okay! Er ist runtergefallen! Er ist runtergefallen! Der hat auch einen Bogen! Bitte trifft er nicht! Das wäre so nice! Nein, schade! Mann, schade! Ich hätte meinen Block hinbauen können! Aber ja, egal! Okay, ähm... Ich habe jetzt nur noch Blöcke! Das ist jetzt sehr schlecht! Und dann auch nicht mehr viel davon! Und deshalb da... Aber ein bisschen die Challenge, weiß ich nicht... Die ist sehr schwer! Wo? Okay! Okay! Ich kann ja auch gleich weiter nach... Okay, nein! Ja, mach das mal! Okay! Okay, das sieht immer besser aus! Hier kann man so... So... Dann natürlich... Mann, ich habe nicht mehr genug... Blöcke! Nein! Blöcke! Blöcke! Bitte Blöcke! Ich will Blöcke! Blöcke! Treppe fertig beim Please! Danke schön! Nein! Er hat uns beide runtergefallen! Oh! Oh! Nicht sagen! War wahrscheinlich sehr nice! Okay, das heißt, hier kommt jetzt gleich ein blauer! Junge! Ich will... Willst du mich bumsen! Mann, ey! Das ist so klar! Dass der sich so gut dabei ist! Ich muss mich hier... Okay! Okay! Nein! Junge! Nein! Okay! Das hast du sowieso verkackt! Nein! Wisse! Ich töte ihn fast mit der Faust, ey! Wie am selben ist das eigentlich? Wartet mal! Ich baue mich hier einen Weg nach drüben! Warte! Das ist dumm! Warte! Oh kacke! Das ist sehr dumm gewesen, was ich hier gemacht habe! Nein! Junge! Man fließt! Fließt! Mann! Schade! Mann! Schade! Schade! Schade, ey! Mann! Schade, ey! Wir sind hier ein bisschen... Ein bisschen... Ein bisschen... Gefiggefigt! Nennen wir es mal! Ja! Geil! Sanxio! Das habe ich noch gar nicht gesehen! Oh, sogar ein Zweierschwert! Das Einzige bei Qtun! Das ist sehr gut! Jetzt kann ich von unten... Nein! Ich brauche noch Rot! Scheiße! Ich brauche noch Blöcke! Wo? Oh Junge, bist du gefiget! Okay... Nein! Schade! Aber ich habe ihn wahrscheinlich viel damage gemacht! Nein, Junge! Das ist so klar! Weißt du, weil der einen Monster-Rückstoß hat! Okay, wisst ihr was? Ich hole mir jetzt nochmal was raus! Ist so unlogisch, wie viel Knockback der Typ hat! Okay... Ja, fast! Das ist wahrscheinlich auch wieder so knapp, ey! Nein! Hier läuft ein Blow! Nein! Ja, ich habe ihm geholfen! Ich habe ihn gekillt! Nein, habe ich nicht! Das wäre... Oh! Weg! Mach mal nochmal! Egal! Wisst ihr was? So! 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 Jetzt nehme ich ihn raus! Dat, dat! So geht das! Lücke wäre auch schön, wenn er reingepackt hätte, aber... Ist mir egal! Mir egal! Mir egal! Ja! Na, ist blech tot! Ma! Ey! Junge, wie viel hält der Typ aus? Okay, eigentlich ist das jetzt Rückstoß-Stadt-Verschwinder, glaube ich! Aber der Typ ist hier noch immer drin! Ich will, dass er tot ist! Nein, schade! Ich habe schon ge... Ach kacke! Ey! Ja, hier kann ich auch... Das ist gemein! Nennen wir es mal! Okay, ich nehme jetzt nur einen Rückstoß-Stadt raus! Okay! Das heißt, ich laufe hier auf den Gegner zu! Voll! Jump and run! Ja! Habe ihn rausgeworfen! Nein, schade! Ey, das ist aber so böse! Aber ich glaube, hier war noch kein Mensch beim Gold, oder? Ach Gott! Nein, schade! Wir müssen uns eigentlich Gold zusammensammeln! Okay, hier, das, das! Ich glaube, hier unten geht es doch schön voran, oder? Hier ist nicht mehr der eine blaue! Schade! Schade, schade! Ich habe nicht gesehen... Ja, aber... Dies... Das ist so ne... Leute, echt... Diese Runde ist zum... Kurzen... Kurzen... Wisst ihr was? Da... Das ist einfach die blödste Runde, die ich jetzt erwischen kann! Oh! Ja, die ist toll platziert! Nein, Leute! Ups! Sollte ich jetzt nicht, aber... Okay... Eigentlich sollte ich jetzt auf die Challenge scheißen und alles... Nein! Nein! Wo?! Nein, er ist wieder da oben drinnen! Ey, das ist so ein Penner! Sebastian, komm jetzt weg! Spitz Herr... ... Keen... Geste... Please... Okay, das wäre nice! Komm schon, Spitz Herr... Häääähhh Okay Tut einen Spitzhacken in die Kiste, das ist ja gut Mein- nein, please tut Spitzhacken in die Kiste Spitzhacken Es war nice, kommt schon Das ist wichtig, vor allem bei dem Typen, weil der alles zubaut Tschüss! Okay, ich mach hier eigentlich voll die geilen Aktion. Schade! Ey, aber wie sich die Leute vercampen, das glaubt man nicht. Ja, thanks, genau. Wer brauch ich eigentlich gar nicht? Mein Blöcke kann ich mir so in dem Fall so holen. Und ja. Nein, Leute. Nein, nein! Nein! Echt? Davon hab ich Fallschaden bekommen. Behindert. Komm. Das muss funktionieren. Eigentlich, wieso haben wir das noch? Ich baue das hier lieber mal ab. Okay, der andere braucht einen Teil davon, aber eins muss ich wegmachen. Das hier, das hier, das hier. Okay. Please, please, please. Das wär so geil, wenn ich hier jetzt durchwashe, einfach zu dem Blauen. Das wär die beste Aktion, die ich... Oh, wow! die ich jetzt machen könnte. Ach komm! Wirklich? Müssen wir hier was holen, hier was holen, hier was holen, hier was holen. So ne ganz schöne Treppe. Warte hier. Okay. Machen wir's so. Was ist mein... Dann, ja, bau dich hier hoch. Dann kann man hier zwei hochbauen und dann... Okay. Durchlaufen zu blau. Ja! Ja, Junge! Ja, bitte, bitte, bitte! Ja, ich bin gleich bei der am Bett. Ja, ich hab der am Bett! Geil! Ja, Teamwork, Junge! Ja, ey! Das hab ich so nice angestellt! Das... Das hätt ich mir jetzt nicht erwartet, Leute. Nämlich hab ich mir kein einziges Mal was gekauft. Please. Bogen. Äh. Hier ist hinter Gold. Hier Gold. Mann, ey. Irgendwo versteckt sich noch einer so. Okay, nein, eigentlich kackegal wegen dem Gold. Müssen wir nur einen Gegner finden. Ey, das war so die geile Aktion. Ich lauf durch, baue alles ab. Vor denen. Ich glaube, er scammt hier unten irgendwo, glaube ich. Nein, hier ist er nicht. Auch hier ist er. Ich hab ihn gesehen. Nein, geht da. Schade, schade, schade. Okay, den müssen wir noch einmal mit so, so holen. Ey, Junge, der ist so gefickt. Ich hol mir kurz Blöcke. Okay. Ähm, das... Ich könnte unter ihm so einen Block wegbauen, dass er runterfällt. Nein, das geht nicht einmal, glaube ich. Schaffe ich nicht. Ähm, okay. Ähm, dann ziehen wir mal nach. Ich hole natürlich das ganze Gold. Dadurch hat er dann bald keinen Bogen mehr. Und er hat einen Bogen. Kack, ich hab nichts mehr. Nein, nein. Okay, wie mach ich das jetzt? Seht mich nicht. Nein. Junge. Was ist das für ein Lachsau? Ey, Junge, gib doch gleich auf. Du bist durchgerammelt, gebumst. Sonst was. Das heißt, was willst du hier noch machen? Kämmt ihr hier noch mit Bogen? Geile Sache! Äh, kann... Baut doch unser Bett ab. Wieso macht er das denn nicht? Nein, 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 nein! Schade, ey. Was sind das für ein Penner? Okay, ich kann dir sowieso nicht viel anrichten. Das heißt, du musst alles mein Team anstellen. Okay. Irgendwie muss ich in meinem Block abhauen und dann... Okay, ja. Ist er down? Naja, ist, glaube ich, davon gelaufen. Aber ich hol ihn down. Nein, ich will den Block haben. Komm. Dankeschön. Echt jetzt? Ja, egal. Dann machen wir es so. Wieder so. Dann ist alles in Ordnung. Zu dem Blauen. Okay. 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 Er sieht mich, habe ich noch nicht gesehen. Ach, was soll ich auch machen? Ach komm. YOLO. Ja. Das darf ein Penner. Nein. Nein, ich will den töten. Nein, ich will den killen. Habe ich... Mann. Ich wollte den töten. Mann. Was gg. Ey, Leute. Das mit dem Bett war so genial. Ja, unfair. Junge. Die anderen haben... Okay, ist schon schon spät. Aber die anderen haben wir getötet? Was war darin unfair? Das wüsste ich jetzt nicht. Okay, ist der Schmott Stoffler. Okay. Cool. Ich bedanke mich, als wirst du es sehen. Und für diese extremst lange Runde, die aber so geil ist und Challenge-like und ich die vordere Runde nicht dran hänge. Also, wenn ihr euch wundert über das Willkommen zurück vom Cut, dann wundert auch euch nicht. Das ist jetzt nur, weil ich so toll bin. Und so, ja. Also, dann ciao. Bis zum nächsten Video, Leute. Ciao.